Es ist das bislang erfolgreichste sogenannte Crowdfunding-Projekt Österreichs. Die Rede ist von einem steirischen Jungunternehmen, das mit legalem Vertrieb von Hanfprodukten offenbar große Hoffnungen bei den Investoren weckt. Übers Internet konnte die Versandfirma fast eine Million Euro an Beteiligungen sammeln. Damit will das Grazer Unternehmen jetzt groß in die Hanferzeugung für medizinische Zwecke einsteigen. In einem Shop südlich von Graz, vor allem aber übers Internet, bietet das steirische Unternehmen seit einem Jahr legal Cannabis-Produkte an. Hanftee, Pflanzensamen, aber etwa auch Stecklinge. Jetzt will man den medizinischen Cannabis-Anbau vorantreiben und europaweit expandieren. Um die finanziellen Mittel aufzustellen, startete die Firma sogenanntes Online-Crowdfunding. Eine Art Beteiligung übers Internet und die hat eingeschlagen. Es ist das erfolgreichste Crowdfunding-Projekt in Österreich bisher. Ich denke, darauf kann man wirklich stolz sein, dass es eben so unglaublich aufgeht. Damit hat man nicht rechnen können. Derzeit werden die Hanfpflanzen auf 10.000 Quadratmetern in einem Glashaus bei Wiener Neustadt gezogen. Eine Zusammenarbeit mit einer steirischen Großgärtnerei. Weitere 10.000 Quadratmeter stehen in Graz zur Verfügung. Hier will man den Anbau von medizinischem Cannabis forcieren. Unser Ziel wäre es, dass wir Österreich zum internationalen Vorreiter in der medizinischen Cannabis-Forschung machen. Ich glaube, das ist eine einmalige Chance, die sich da gerade auftut im Moment. Und wenn man zum Beispiel Israel oder USA auch ansieht, dann sieht man, was für irrsinniges Potenzial dahinter steht. Tatsächlich gibt es gute Erfahrungen in der Medizin mit Cannabis, bestätigt uns eine Grazer Neurologin. Das ist zum Beispiel zur Symptombehandlung in der Krebstherapie, speziell bei Erbrechen, bei Appetitlosigkeit und auch bei Schmerzen. Und das ist in der Multiple Sklerose zur Behandlung der Spastizität. Präparate mit medizinischer Wirkung gehören aber in medizinische Hände, nicht in private, sagt sie. Dass Cannabis so verwendet wird, dass man diesen Einsatz auch kontrollieren kann und dass man genau weiß, was macht man, und wie viel gibt man. Deshalb wolle man nur mit seriösen Partnern aus der Arzneimittelbranche zusammenarbeiten, heißt es beim Grazer Unternehmen. Mit Drogenmissbrauch will man nichts zu tun haben. Und auch die Tees, die man jetzt anbiete, könne man mangels heimachender Inhaltsstoffe nicht rauchen.